Hallihallo Hallüchen und herzlich willkommen zu Feed'n'Grow Fisch. Heute bin ich mal wieder im Swamp unterwegs und habe mir den Raptor ausgesucht. Ist ja eher ein kleiner Fisch, ein kleiner Fisch, der nicht viel Schaden macht. Der eher erfolgreich ist, wenn er in der Gang unterwegs ist. Mit vielen anderen kleinen Raptoren, so ähnlich wie der Piranha, den ich schon mal ausprobiert habe. Und ich muss aber schauen, ob ich mit dem Raptor mehr Erfolg habe als damals mit dem Piranha. Schauen wir also mal an. Gesundheit und Schaden, sehr wenig jeweils. Sehr, sehr wenig, das wird also schwierig. Seine Fähigkeiten, Call of the Gang, also ich kann ja andere Raptoren hinzurufen, die mir dann helfen. Und Ambush, das bedeutet, dass ich beim nächsten bis zu 300% mehr Schaden mache. Jetzt muss ich aber wahrscheinlich aufladen. Wir schauen einfach mal, okay? So, da bin ich. Jetzt müsste ich noch gucken, wo sind andere Raptoren? Oder wo ist schnelle Beute? Du bist doch ein schöner kleiner Beutefisch. Die ist dann fettig. Zack, und schon habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber nicht wirklich Axtrum hinzugefügt. Das ist blöd. Ich muss wachsen. Ich mache zu wenig Schaden, als dass ich gefährlich sein könnte von einem großen Fisch. Deswegen wachsen, wachsen, wachsen und dann große Fische angreifen. Oder schwache, große Fische angreifen, wie so ein Karpfen oder so. Weil Karpfen machen eigentlich keinen Schaden. Bei Karpfen musst du ja aufpassen, nicht in die Nähe vom Maul kommen. Die schlupsen dich einfach hinter kleiner Raptor. So, ich brauche irgendwas Kleines, irgendwas Kleines, Feines, was ich fressen kann. Was größer ist als... Ja, der. Der. Der sieht lecker aus. Und ich muss aufpassen, weil... Ja, da ist so ein Blauer. Der könnte mir sehr gefährlich werden. Hm. Was ist denn hinten los? Ist hier irgendwas Leckeres unterwegs? Karpfen. Aber gegen den habe ich auch keine Schnitte. Gegen den habe ich einfach keine Schnitte. Der stößt mich einmal an und dann bin ich weg. Ich muss ja echt diese kleinen, äh... Würmer und sowas fressen, um ein bisschen wenig zu wachsen. Oder ich finde den Goldfisch. Goldfisch wäre auch schick. Oh, oh, Wasserstand. Wasserstand nicht so vorteilhaft für kleiner Raptor. Oh, oh, großer Blauer Fisch auch nicht vorteilhaft für kleiner Raptor. So. Wen haben wir denn da? Hallo. Sind sie auch wegen dem Futter hier? Ach, sie sind das Futter. Das ist aber nett. Ah, keine Ausdauer mehr. Mist. Ich schwimme aber dran vorbei. Der ist aber flink hier. Entschuldigen Sie mal bitte. Könnten Sie bitte langsamer schwimmen? Ja, wieder dran vorbei. Jetzt ist er weg. Mist. Oh, einmal gebissen. Einmal gebissen. Das bringt aber noch nicht viel. Ah, erwischt. Erischt. Gib auf, gib auf, gib auf. Gib einfach auf. Lass dich fressen. Das Problem ist, wie gesagt, ich hab keine Gang. Ich hab keine Gang. Ich brauch ne Gang. Ich brauch andere coole Raptor-Fische, die mir dabei helfen, groß zu werden. Alleine bin ich verloren. Jeder. Jeder. Wirklich, jeder ist hier größer als ich. Also vielleicht so Piranha. Halt, 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 halt. Du da? Du bist ein typischer Opferfisch. Da. Oh, hab ich vorsehen, ich den Karpfen erwischt, sag ich. Ja, erwischt. Lass dich fressen. Sehr schön, Level 2. Ist ja schon mal am Anfang. Erischt. Lass dich fressen. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Ach, Mann, oh, was machst du denn hier? Was macht dieser fette Riesenfisch hier? Das war jetzt blöd. Musstest du ja schon rumschwimmen. Also, als Raptor bist du echt... Ja, ich weiß, ich hab keine Gang. Niemand will mit mir abhängen. Ja, ihr da. Schnapp den da. Schnapp den da. Mach den fertig. Oh. Der Raptor ist schon groß. Cool. Cool. Jetzt sind wir in der Gang. Jetzt wird's spaßig. Jetzt können wir uns auch größere schnappen. Zum Beispiel... Nein. Gang on. Au. 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 Hier wird gefressen. Hier wird gefressen. Ich brauch da was. So. Au. Hey, hey, hey. Gang. Gang. Was ist los? Warum hilft mir keiner? Tolle Gang. Wirklich. Ich lass mich im Stich. Puh. Das ist echt schwierig. Ja. Das ist gut, dass hier so viel Fleisch rumliegt. Das hilft beim Wachsen. Das war jetzt vorteilhaft. Und dieser Raptor ist schon ziemlich groß. Der könnte von Vorteil sein. Ach, toll. Alle haben sie von was abgekriegt, nur ich nicht. Weil ich so klein bin. Weil ich so klein bin. Mist. Ich brauch irgendwas Kleines zum Fressen. Ich hab was Level 2. Level 2 ist nicht gut. Ich muss wachsen. Guck mal hier. 1,4 Schaden. Das ist nix. Hier. Schnapp den da. Den hab ich geschnappt. Hey. Hör nicht auf zu fressen. Die anderen schnappen die das weg. Die anderen Raptor-Fische sind viel größer als du. Zack. Was, nur zwei? Ist ja lausig. Muss ich den hier fressen? Zack. So. Hier ist noch ein kleiner Snack da zwischendurch. Aber der bringt alles nicht. Nee, nee, nee. Wir müssen in der Gang irgendeinen großen. Gang off. Gang on. So. Wo? Was ist denn meine Gang? Schützt ihr mich wieder nicht? Die hauen wieder alle in alle Himmelsrichtungen ab? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Alleine kann ich nicht mehr so eine Krabbe töten. Au. 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 Mann. Lass mich los. Lass mich los. Die hat mich. Doch nicht. Oh shit. Oh shit. Wie seh ich denn aus? Ich seh ja so richtig kacke aus. Wie denn? Ein roter Raptor. Der extrem langsam ist. Weil ich so geschädigt bin. Ach, das ist ein Raptor. Wollte schon sagen. Uiuiuiuiui. Der macht mich platt. Aber es ist ein Raptor. So. So. Da ist das Kleinvieh fressen. Lass mal wieder Energie aufbauen. So. Mist ey. Diese scheiß Krabbe. Es war einfach nicht vorteilhaft, die alleine anzugreifen. Du brauchst echt eine Gang. Es hilft nichts. Du brauchst eine Gang als Raptor. Und wenn die Gang nicht hier ist. Hier ist nur ein einziger Raptor außer mir. Einer ist nichts wert. Ich muss hier echt kleinen Vieh fressen. So. Löffel ab. Nee. Nee. Was soll denn das? Verarschen kann ich mich selber. Du bleibst mal schön hier, mein Freund. Du hast jetzt gemampft. Und wagt es euch, mir mein Futter wegzufressen. Das ist meiner. So. Voll Energie. Das ist vorteilhaft. Bringt bloß nichts bei großen Räubern. Gar nichts. Weil große verputzen mich. Die saugen mich nur ein. Dann bin ich weg. Dieser bescheuerte... Äh... Catfish. Ja, toll. Die zocken hier so ein paar Raptoren. Aber es gibt keine Beute. Gib mir das Fleisch. Du hast ihn umgebracht. Du hast ihn umgebracht. Ich hab ihn gefressen. Das ist die rechte Verteilung. Ja, ich muss das kleine Zeug pressen. Dass ich mich irgendwann mal mit einer Krabbe anlegen kann. Doch wenn ich Krabben alleine fressen kann, ist das schon sehr vorteilhaft. Ich hab den Karpfen mal angebissen. Um euch auf den Geschmack zu bringen. Au. Ja. Ja. Attackier ihn. Attackier den Karpfen. Gemeinsam schaffen wir das. Du kriegst die Hälfte vom Fleisch. Wenn wir ihn fertig machen, kriegst du die Hälfte vom Fleisch. Außer du stirbst vorher. Weil dieser Karpfen so groß ist und so viel Schaden macht, wenn man ihn beißt. Au. Der ist wirklich... Mann. Verbeiss dich doch mal in dem. Also ich mein jetzt nicht mein, ich mein den anderen. Verbeiss dich mal in den Karpfen. Ich versuche mittlerweile den kleinen hier fertig zu machen. Ups. Dran vorbei geschwommen. Klein Vieh fressen. Klein Vieh macht auch Mist. Das wissen wir ja. Hier drüben sollte ich mich nicht rumbewegen. Oh oh. Eine Krabbe. Hab ich dich. Hab ich dich. Lass dich fressen. Lass dich fressen. Lass dich fressen. Ohne große Probleme zu machen. Ah, Mist aus der Ausweg. Jetzt. Jetzt hab ich dich. Hey. Was soll das? Was soll das, Junge? Du wolltest mir vorhin nicht bei den Karpfen helfen. Und jetzt frisst du mir mein Fleisch weg. Nein. Mist. Dran vorbei. Ich sehe echt geschunden aus. Arbicht. Arbicht. Gut. Gut. Aber immer noch keinen Schaden. Ah, Bär. Gesundheit nimmt zu. Ja, jag den. Ja, wie ich das mache. Sehr schön. Die Kleinen, das geht. Das geht. Das geht sogar sehr gut. Ich muss nur aufpassen. Hier pushen ja auch andere Fische rum. Snakehead und sowas. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Oh, viel, klein, viel. Viel, viel, klein, viel macht Mist. So. Zack. Braucht mehr, klein, viel. Ab was, Level 4. Wenn der zweite Raptor die Krabbe angreifen würde, wäre ja, das sehr vorteilhaft. Sehr schön. So lohnt sich das. Komm. Ja. Nein, das ist meine Krabbe. Du machst nichts, du frisst einfach nur mein Fleisch weg. Das ist doch nicht fair, Junge. Das ist nicht fair. Du musst dir dein Fleisch verdienen. Blöd. Das ist hier mein kleiner Verfolger. Der zweite Raptor eher ein Fressfeind. Aber der nimmt mir einfach alles weg. Ach, hier hockt ihr. Was gibt's denn hier? Hier gibt's doch gar nichts. Ah, Mist. Wir sitzen fest, Jungs. Wir sitzen fest. Das bedeutet, Kleinvieh fressen. Nutze die Zeit, frisst das Kleinvieh. Ups. Hallo? Hi. Der Jäger. Der Jäger guckt raus. Wenn wir so eine Gang hier haben. Ganz ehrlich, da könnten wir doch mal was Großes angreifen. So eine Gang, die lohnt sich doch, was Großes anzugreifen. Also ganz ohne Flachs. Da hätte ein Karpfen keine Chance. Aber ich weiß, sobald ich den Karpfen angreife, ihr haut ab. Ihr haut einfach ab. Lässt mich zurück. Aber wenn da der Karpfen tot ist, dann kommt ihr alle wieder. Ja. Sehr schön. Hm. Gucken wir mal. 2,1 Schaden. Das reicht für Krapfen. Das reicht für Krapfen. Müssen wir nur eine Krapfe finden. Und möglichst ohne Fressfalt. Ah, ah, ah. Hier haben wir doch eigentlich immer Krapfen unten. Ich bräuchte irgendeinen schwachen, anderen Fisch. Oder eine fette Krapfe. Ah, wo sind die denn alle? Ich möchte nicht Snakehead begegnen. Snakehead böse. Sehr, sehr, sehr böse. Hm, hm, hm. Da. Da, 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 da. Das Problem ist bloß... Ja, ich hab das genau bemerkt. Ich muss echt warten, bis sich das aufgeladen hat. Und dann von hinten angreifen. Dann hat die Krapfe keine Chance. Ja, ja, komm. Lass dich töten. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Gut. Ich wollte schon sagen, oh, oh. Die Krapfe macht mich fertig. So, jetzt schnell hier weg. Schnell hier weg. Ja, in dem Gebiet bin ich relativ sicher. Relativ wohlgemerkt. Könnte immer sein, dass hier Snakehead umeiert. Ah. Und Muskellugge ist auch so ein Problem. Ja, auch Tachwerte Verwandtschaft. Wie sehr tummelt ihr euch alle hier. Im sicheren Gebiet. Da, wo absolut nichts los ist. Wo es nur dieses Kleinviehzeug gibt. Das ist ja sehr schön. Wirklich. Ganz große Hilfe seid ihr. Die Gang, die ist erfolgreich. Hier, die erfolgreiche Gang. Verzufft euch, ja. Wie sehr eine Schande für die Raptor-Klasse. Flupp. 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 Ich muss meine Krapfe suchen. Da ist einer. Ha. Erwischt. Das war gut für Schaden. Ja, genau. Die kommen genau in dem Moment, wenn ich fertig bin. Oh, oh. Snakehead. Den brauche ich jetzt ganz und gar nicht. Du kannst die anderen Raptoren fressen, ja. Ganz ehrlich. Aber lass mich in Ruhe. Ach. Wie sehr habt ihr es geschafft. Das ist aber schön. Wirklich. Top. Dass ihr hier seid. Das macht mir die Sache immer sehr viel leichter. Und ich noch so andere Mäuler zu stopfen habe. Können wir den Wasserspiegel mal wieder steigen. Kurz vom Level ab. Brauche ich irgendwas Kleines noch. Irgendwas Kleines. Da. Ja. 4-1. 4-1 ist sehr gut. Na, wenn man da mal so ein bisschen gewachsen ist. Dann lohnt sich das auch. Dann kann der Raptor auch nämlich ganz schnell mal selbst zum gefährlichen Jäger werden. Wenn nicht gerade das Snakehead kommt. Oder jemand anderes Großes. Der mir in die Quere kommt. Da. Meine Krabbe. Niemand anderes rührt diese Krabbe an. Komm schon. Nee, ihr kommt zu spät. Ihr kommt zu spät, Jungs. Das ist die nächste Krabbe. Hey. Kamera. Lass den Quatsch. Ja, genau. Genau. Kommt. Kommt. Fress das ganze Futter. Ja, ihr. Ihr Schweine, ihr. Ihr elenden Schweine. Ihr habt gewartet, bis ich die Krabbe erlegt habe. Und da seid ihr gekommen und habt so getan, als ihr das getan habt. Und da habt ihr ganz schönes Fleisch genommen. Hier. Seid mal. Geht's noch? Das ist jetzt kein Spaß mehr. Das ist meine... Gang of. Gang of. Ganz ehrlich. Gang of. Screw you. Ihr seid nicht mehr meine Gang. Was ist denn das für eine Gang, die mich jagen lässt und dann alles wegfrisst? Hier. Schon wieder. Schon wieder. Ihr seid die mieseste Gang überhaupt. Was seid ihr denn? Männliche Löwen? Lasst mich hier jagen und dann fress ihr einfach nur. Was soll denn der Quatsch? Könnt ihr mal irgendein Snakehead diese Raptor-Fische töten? Die sind mir im Weg. Die sind mir schlichtweg im Weg. Ich kann auch nirgendwo anders hin. Oh. Ganz alleine. Das ist sehr gut. Und der Bärchen? Nee, du kommst zu spät, Junge. Du kommst zu spät. Das war meine Krabbe. Die hab ich gefressen. Du kommst viel zu spät. Hm, hm, hm. Wow, der hat überlebt? Der hat überlebt den ersten Biss? Sehr krass. Ich dachte, die haben nicht so viel Energie. Ich könnte mich jetzt wirklich mal in so einen Kopf ranwagen langsam. Langsam, aber sicher. Und an so einen Piranha. Oh. An einen Piranha. Nicht an die ganze Gang. Das ist ja schlimm. Ich weiß nicht, wie viel das waren. Eine ganze Sippe. Nee, 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 nee. Schön, dass du das aufgewählt hast. Werd ich alles fressen. Und dadurch schön wachsen. Ja. 3-0 Schaden. Nee, ich dachte, das wäre ein Fisch. Wo sind die Piranhas hin? Ich möchte den ungern begegnen. Was ich bräuchte, ist die Karpfenhöhle. In der Karpfenhöhle könnte ich was Gutes finden. Und zwar einen fetten Karpfen. Muss man hier reingucken, ob hier eine fette Krabbe sitzt. Nee. So. Erwischt. Erwischt, Junge. Sehr gut. Du kommst zu spät, Junge. Du kommst viel zu spät. Die Krabbe ist futsch. Eigentlich müsste ich dafür sorgen, dass die Krabben diese Dinger für mich aus dem Boot rausholen. Dann fresse ich die Dinger, wachse damit und auch mal fresse ich die Krabbe. Wenn sie ihren Zweck erfüllt hat, fresse ich dann die Krabbe. Hi, du. Na, ganz allein unterwegs? Erwischt. Erwischt. Gib auf. Sehr fein. Ich bräuchte echten Karpfen. Ich bräuchte so einen dicken Karpfen. Mit dem könnte ich wachsen. Wo sind die Karpfen hin? Die sind alle verschwunden. Ich weiß, wo es noch welche gibt, aber ich bin nicht blöd. Da reiße ich nicht hin. Da ist nämlich hier Muskellunge. Muskellunge, nix gut. Viel zu kräftige Kiefer. Erwischt. Erwischt. Komm schnell. Ja, es war klar. Es war klar. Die Gang hat zugeschlagen. Ja. Die asoziale Gang. Die dem einzigen Jäger, das Futter streitig macht. Ist hier jemand? Hallo? Nee. Ja. Tag, Gang. Könnt ihr euch mal verpieseln? Ganz ehrlich? Ihr könnt euch einfach mal verpieseln. Ich brauch euch nicht mehr. Ich muss irgendwie an den Karpfen gelangen. Gibt es denn hier keine Karpfen mehr? Wenn keine Karpfen mehr da sind, ist das blöd. Karpfen sind ideale Beute. Und ich hab wieder keine Ausdauer. Auch so ein Ding. Ohne Ausdauer nix gut. Das wissen wir. Ich wage mich zu weit vor. Nee. Nee. Hier haue ich nicht weiter rein. Nee, 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 nee. Ich weiß doch, was das so ein Gebiet ist. Dann kommt ein Ali-Alligator-Mann und macht mich fertig. Ah, furchtbar. Ohne Karpfen wachsen? Nee. Ganz, ganz blöd. Vor allem die Ausdauer. So, du bist ein Raptor. Du müsstest viel schneller Ausdauer regenerieren. Auch wenn du schon etwas größer bist. Kann doch nicht sein, dass der Sud dermaßen langsam jetzt die Ausdauer regeneriert. Toll, Wasserstand. Und, wieder eingeschlossen. Heißt, wieder Kleinvieh fressen. Ah, toll. Ich sitze auf dem Trocknen. Na ja. Ihr blöden Viecher, er. Oh, er springt. Tja, süß. Er kann ein bisschen springen. Nix springen, gut. Plupp. Dann fresse ich hier die Regenwürmer. Gibt auch Erfahrung. Gibt nicht viel Erfahrung. Aber hey. Jeder kleine Punkt zählt. Ihr könnt euch verpieseln. Ganz ehrlich. Ihr frisst doch nur das weg, was ich erbeutet habe. Ich will euch nicht mehr. Ich wollte euch damals, als ich klein war. Da wollt ihr mich nicht. Und jetzt, wo ich groß und erfolgreich bin. Da, da kennt ihr mich plötzlich wieder. Aber das ist echt komisch. Kein Kopf mehr in dem Gebiet. Ha, ha, ha. Ich hab dich genau gesehen. Ich hab dich genau gesehen. Du wolltest dich hinter der blöden Wurzel verstecken. Kannst du knicken, Junge. Da schwimmt irgendein Fisch über mir lang. Der da. Nein. Erwicht. Erwicht, erwicht. Haut ab, Jungs. Haut ab. Ohne Scheiß. Haut ab. So, das war meiner. Level 8. Nicht wirklich viel Schaden. Ah, hi. Ich darf doch mal. Ne. Jetzt hab ich das gefressen. Zumindest ein Stück. Oh, oh, oh. Hallo. Nee. Dann fress ich das hier. Es gibt auch Erfahrung. Nein. Nein. Ja, attackiert ihn. Ist wurscht. Oh, ist er schon hin? Ich geh mal schnell. Oh, yes. Habe ich gerade die anderen Raptor-Fische gefressen? Oha. Oha. Das ging aber, äh, schnell. Das ging aber ein bisschen zu schnell. Ich bin doch gar nicht so groß. Wie viele Leute? Ich kann andere Raptor-Fische fressen? Meine Güte. Okay. Ich bin das Problem mit den anderen Raptor-Fisch losgeworden. Das ist sehr schön. Das ist sehr fein. Wirklich. Das freut mich. Ein bisschen zumindest. Ne, ich weiß, wo du hinschwimmst. Da schwimme ich dir nicht hinterher. Viel Spaß mit, äh, Muskellunge. Oh, die Ausdauer. Ist nicht gut. Oh, deine Ausdauer. So. Ah. Schau mal einer an. Ne, 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 ne. Das war sehr schön, Kopf. Der Kleine hat sich bei dir sicher gefühlt. Ne, 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 ne. Hau doch nicht ab, Kopf. Hau doch nicht ab. Lass dich fressen. Lass dich fressen. Wenn wir schon die Gegend beobachten. Nicht, dass hier irgendwo doch mal Muskellunge des Weges kommt. Ah. Ja. Nein. Wasserstand, bitte. Wasserstand. Muss das sein? Ich sitze auf dem Trocknen. Ach, furchtbar.